Hallihallo, zurück zu Pillars of Eternity. Wir sind immer noch an der Burg, nicht in der Burg, da sind wir noch nicht reingegangen und gucken gerade mal so, was hier so passiert. Wir haben schon den einen oder anderen Gegner besiegt, das lief auch halbwegs gut. Wo geht's denn hier lang? Da geht's nirgends wo lang. Ich muss mal ein bisschen gucken hier, was es hier so gibt. Denn erkunden ist gar nicht schlecht. Ich mag erkunden. Da ist noch so ein kaputtes Haus. Achso, ne, da waren wir schon. Da kommen wir nicht rein. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Da hinten in der Ecke wird wohl nichts sein. Jetzt ist die Frage, gehen wir da in die Burg oder gehen wir hier erstmal in das, ich glaube, wir gehen erstmal in das Häuschen hier neben. Das sieht einladend aus, aber ich glaube, ich muss rasten. Rasten, nicht rosten, denn mein Kollege, ich sag noch, ich muss rasten und gehe da rein. Manchmal weiß ich selber nicht, was ich zu mir sage. Hier ist auch alles im Arsch, das sieht man. Hier zum Beispiel haben wir ein, äh, haben wir ranziges Getreide. Und das klingt hier auch alles so nach bloß kein Gegner. Ah ja, da unten ist auch noch eine Tür. Gucken wir doch mal, was da ist. Zur Not können wir übernachten. Hier sind echt nur kaputte Bücherregale und sowas. Regale, alles mit Schimmel. Schimmel. Nichts zum Looten. Ha, hier war ein Alchemie-Tisch. Ah, das ist, äh, ein Gebäude, das lohnt sich total, hat sich das gelohnt hier reinzugehen, echt. Jetzt gucken wir da hinten nochmal lang, aber ich glaube, da ist auch noch eine eingeschützte Treppe. Was ist das? Rats wuseln umher. Ja, so ist das, wenn die Rats umher wuseln. Also hier ist nichts. Da gehen wir wieder raus. Das lohnt nicht. Wir hätten drin schlafen können. Aber wir können auch draußen schlafen, das ist nämlich völlig egal. Nicht vergessen, Rats wuseln herum. Wir pennen einmal eine Runde. Oh, dieses Lagerfeuer. Man fühlt sich so warm, wenn man es anguckt. Aber ich mache so. Du erwachst von dem Gefühl, geschüttelt zu werden. Als du die Augen öffnest, siehst du Eder, Eder über dir stehen. Er rüttelt mit seiner Hand an deiner Schulter. Sieht besorgt aus. Deine Augen sind schwer und du siehst verschwommen. Das vage Unwohlsein von Albträumern, die du dich nicht erinnern kannst, vernebelt deine Gedanken. Du weißt nicht, ob du in der vergangenen Nacht überhaupt geschlafen hast. Ich habe übrigens heute Nacht geträumt, dass ich nicht geschlafen habe. Gut, du warst ein bisschen schlafen und die Augen rüttelt in deinem Kopf. Ja, und? Ja, und? Da wäre auch ein Dings gewesen. Naja, wir können immer mal ein bisschen... Ja, diese Watcher-Sache. Ja, Eisbucket-Challenge ist das einfach, ne? So. Hier ist es jetzt noch heller geworden und wir gehen jetzt mal in die Burg rein. Hier ist einfach nichts zum Looten. Das ist doch nicht wahr. So, mach auf. Mach auf hier. Wollen rein. Geht los, nu. Der alte Wächter. Du denkst, ein Feind. Ah, wir warten mal, bis der... Okay, da ist eine ganze Menge. Oh, da ist ja wieder voll was los. So, Moment. Du, mein Freund, machst erstmal ein bisschen Damage. Dann... Ah, Kacke. Du machst erstmal das hier. Und du... Machst mal hier den. Und du... Äh... Machst mal hier in die Hände. So. Jetzt heilst du mal. Hast du überhaupt eine Heilung? Ne, ne? Ich muss echt mal gucken, was der hier in Heilung hat. Das ist auf jeden Fall... Ne, das ist Entschlossenheit. Achso. Was labert der denn da immer? Bla, schlammer, halmer, holm, lum, 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 lum. Ah ja. So. Äh, hier geht's, glaube ich, nicht lang. Doch, da geht's hoch. Da wollen wir aber nicht hin. Hier liegt Müll. Da sind bestimmt auch wieder Reds. Am Ende der Herrenhalle spürst du eine einladende Wärme, die aus einem marmorgefertigter, prächtiger Thron verströmt. Aus einem. Die meisterhafte Handwerkskunst des Throns passt gar nicht zum eher praktischen Mauerwerk der Burg. In die Rückenlinie des Throns wurde das Relief einer verschleierten Frau geschnitzt, die mit hohlen Augen über die Herrenhalle wacht. Als du dich näherst, spürst du, wie die Wärme fluktuiert, als ob sie in Bewegung wäre. Aus dem Schnitzwerk schallt eine Stimme, von der die gesamte Festung durchdrungen wird. Achso, ich dachte, ich wollte das Gründchen machen. Ja, ich wusste mehr, weil ich... Achso. Mhm. Achso. Ja, ja, ja. Dankeschön. Ähm, aber wieso ist denn der jetzt nicht da? Jeder sucht den. Hm, tief in der Burg. Wir reden nicht mehr. So, die Gute hat uns das jetzt aufgesperrt. Allerdings, Bummens, würde ich nochmal ganz gerne gucken, was hier so neben ist. In die Richtung habe ich nämlich gar keine Lust. Da ist nämlich eine Kiste. Jetzt suche ich erstmal nach Pfeilen. 21, 2, nö. Oh, eine leere Kiste. Das ist doch toll, ist es. Ah, das wird die Burg sein, die wir da nachher haben. Die können wir dann aufrüsten. Kann das sein? Kann das sein? Oh. Als Schatzkammer. Wo bin ich denn jetzt hingegangen? Oh, das ist mir zu weitläufig. Nee, nee, nee. Ich gehe Meerwald suchen. Meerwald, 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 Meerwald ist besser als weniger Wald. Schlecht, oder? Und was ist, was? Was? Dann haben wir wieder gespielt, haben wir? Geh auf den Kauf und komm, helf mir, schocken diese Pfeilen. Warum ist das jetzt so laut? Sie wendet sich lang genug von dir ab, um einen Korb hervorzuholen, der wie sie schillern und halbtransparent ist. Und keine Beschwerden, wenn du groß und stark werden und eines Tages ein richtiger Soldat werden willst, dann musst du dein Gemüse essen. Ja. So wie wir es ausgemacht haben, richtig? Sie betrachtet dich in den Augenwinkeln. Und ich sag... What the fuck? Soldaten sind wichtige Leute. Sie schützen die Wege. Und schocken die Wege. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Aber es gibt viele wege Menschen. Menschen wie der Mann, der deinen Vater verletzt hat. Wann ist denn, wenn mein Vater passiert? Hm. Das ist ja schrecklich. Da sagen wir doch gleich mal... Aha. Ach so, okay. Ja. Alles klar, ich geh spielen. Danke, Mama. Na? Vielen Dank. Tschüss. Ich geh runter. Ich geh runter im Keller spielen. Mit den Geistern. Gruselig. So. Äh, hier ist nichts. Schimmer mit... Und da geht's wieder los. Also es ist hier eine... Äh? Ich muss hier jetzt gucken. Eine Spinne. Kleine Spinne. Viele Spinnen. Eine Menge Spinnen. Spinnen jetzt. Oh Gott. Äh, so. Du machst das. Du, mein Freund... Bömpelst hier mal was rein. Und jetzt mal alle hier auf die Speerspinne. Hahaha. Und als nächstes sammeln wir uns hier kurz. Denn wir gehen jetzt weiter und frimmeln das hier down. Einfach. Halt. Ja. Sehr schön. So. Und das ist... Das ist doch jetzt hier so ein richtiger Fall für dich hier. Hahaha. Hahaha. Ich hätte es vielleicht für was anderes verschwenden... Wenn die nicht verschwenden sollen. Aber egal. So. Hier sind auch nur alte... Äh... Gedönse. Da kann ich gar nichts machen. Das ist jetzt schon wieder... Ach, da ist noch eine Spinne. Da ist auch noch eine Spinne. Ja, die tun mir ja nichts irgendwie, ne? Also... Da bin ich eindeutig zu stark jetzt zu. Und die nächste. Bring them down. Hat der ne... Hat der ne Pistole? Das seh ich ja jetzt erst. Krass. Krass. Er hat eine Pistole. Neu... Okay. Kommandant, ein Geister. Hab da mal in Rüstung und Umhang eines Offiziers. Studiert ein einzelnes Blatt Papier. Du kannst direkt durch das Papier hindurchschauen. Und siehst die Insignien des Dukes. Des Dukes. Äh... Und von Edir auf seinem Brustharnisch. Was auch immer. Er scheint die Seite mehrmals zu lesen, bevor er zu dir hochschaut. Als er das tut, wird sein... Ist sein Gesichtsausdruck undurchschaubar. Da ist ein Veränderungsplanung. Neu, ich kenne selber. Alles klar, Sir. Ein paar Barren von Pistole. Was sind die Fehler? Die Instruktionen kommen von Admet Hatred himself. Das bedeutet, sie könnten auch von dem. Ja. Wir werden diese Huttdweller ausbauen. Set Feuer auf die Dierwude, damit sie nicht mehr zurückkommen haben. Das finde ich aber jetzt echt... Das mag ich nicht. Ne, ne. Ich weigere mich. Ja, wenn man alles verbrennt, oder was? Was ist sowas? Sowas. Ja. Genau. Feuer mit Feuer bekämpfen einfach. Das ist immer gut. War schon immer gut. Wird immer gut sein. Äh, da hinten... Ne, wird alles durchsucht. Hier brauche ich nicht weiter. Ich gehe weiter runter. Halt. Speichern. Immer ganz wichtig, bevor man... in unbekannte Gebiete vordringt. Wuck, wuck. Wup, wup. Wup, wup. So, da ist eine Tür, die verschlossen ist. Ach, jetzt reicht es aber langsam mit euch hier. Ja, dann sollen wir mal zumachen. Mit meiner? Ich bin mir nicht sicher... ...wer ich hier bin. Aha. Weiber? Was? Ich bin... Ich bin also eine Frau. Das ist ganz schön... ... Muss man mal... Muss man mal gucken. Finde ich, äh... ...manchmal ein bisschen, äh... Wie soll ich sagen? Da sind die Dialoge gewöhnungsbedürftig. Diese Spinnen sind eigentlich nur nervig. So, halt. So. Bring them down. Bring them down. Bring them down. Bring them... Oh. Bin ich tot. Fast. Ja. Wieso. Jetzt habe ich Verteidigung hier. Wir sind Verteidiger des wahren Blödsinns. Und... Komm jetzt hier. Spinni, spinni. Mach mal kaputt hier alles. So. Spinnenbeine. Wer weiß was. Wer weiß, wofür wir die mal brauchen können. Oh, Schuhe. Schuhe werde ich mal anziehen. Denn ich glaube, mein Charakter hat noch keine Schuhe. Keiner meiner Charaktere hat Schuhe. Aber welcher hat sie denn jetzt gefunden? Da. Okay, achso. Ne, im Pferdeslot geht das nicht. So. Jetzt habe ich... Noch mehr Rüstung. Das geht ab. Und... Wir sind schon wieder am Ende der Folge, leider. Dann werde ich hier jetzt mal wieder richtig speichern. Und nochmal. Und sage Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche... Nächste Woche. Wir sehen uns morgen wieder bei Pillars of Eternity. Danke fürs Zusehen. Äh, Kekse. Tschüss.